Hey Leute, da bin ich wieder mal zu sehen und nicht im Stream, sondern zum allerersten mal im Video. Und zwar kommt jetzt das wohlersehnte Smalltripes Video, auf welches ihr schon so lange drauf gewartet habt. Aber es wird nur eine Folge geben, weil wir danach gedacht haben, es ist einfach nicht das Richtige, wir sind noch zu unerfahren. Und deswegen belassen wir das bei dieser Folge. Viel Spaß mit dem Video. Wer will werfen? Wer hat die Ehen? Ich dropp mal ein paar Nates. Ich würde sagen jeder eine. Mal gucken, wer ist der erste Verkackt hier, Micky. Dann fangt die an. Damit die Tokus aussprengt. Guck mal, da oben ist ein fliegender Kothaufen. Das ist ein arg Wunder. Wir sollen hier die Rage schalten. Ey, da oben ist Micky's Kanal. Seht ihr den? Da am Himmel. Was ist, wenn ich die vom Weiten hierhin schmeiße und die vielleicht da hochbreihe? Warte, geh weg, geh weg, 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 weg. Ich hab meine Granate gezogen. Weg, 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 die Tokus. Das wollte ich nicht mal. Das war aus Versehen. Micky ist der zweite, der verkackt hat. Nee, tatsächlich nicht. Der hat 1000 Damage gemacht. Aber da draußen sitzt du ein bisschen wenig, oder? Okay, Okami, du bist dran. Ich halte sie einfach. Weißt du, wie viele Sekunden das jetzt etwa waren? Zehn. Was? Nein, nein, nein. Wow, Okami, Alter. Du schmeißt nie wieder einen Pokéball. Gehen wir das jetzt überhaupt aufgesprengt? Oh, lol. Voll guter Wurf, oder? Nicht da hinschmeißen. Schmeiß dir die hier vor. Ich würde trotzdem gerne eine haben. Als du eine, wie ich treffe. Don't judge me. 450. Halt's Maul. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Halt's Maul. Jetzt gerade wo ich Trayman-Groß dabei. Es ist noch eine Tür drin. Was für ein Troll? Fuck. Ich bin auch die Granate, damit ich einmal nicht in meinem Leben versagt habe. Okay, hier. Das ist auf die letzte. Hä? Was? Also, hast du gerade vier Stück dafür verbraucht? Das hat er 4.000, Junge. Was willst denn du? Halt's Maul. Ich will nichts hören. Du bist scheiße. Aber du bist scheißer. Und dann fliegt er mit meinem Piet fort. Es ist nicht dein Piet. Es ist unser Piet. Kommunismus. Wir sind nicht China. Und auch nicht Russland. Ja, aber wir sind der Corona-Tribe. Wenn einer Corona hat, haben alle Corona. Nee, haben wir nicht. Ein Wunder, oder? Wir hatten das bis jetzt in jedem scheiß Projekt von Anfang an. Stimmt, stimmt. Diesmal passe ich echt auf, dass ich mich nicht wieder anstecke. Ja, verprügelt einfach kein Glenn und dann ist alles okay. Hier verprügelt es, keine Ahnung, Rick. Ey, das ist schwerer, als es aussieht. Kein Glenn zu verprügeln. Ja. Oh, Leute, mach da noch mehr Gangpowder. Läuft. Ich bin doch schon wieder da mit Granaten. Schnell bist du wieder. Wartet, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Nee, ich mach ein Single-Projekt. Schill mal, Alter. Du bist ein richtiger Reinscheißer. Ey, wenn die Token-Single-Projekt dann strech ich mich freiwillig an, nur um ihn dann auch anzustellen. Ey, wetten. Da ist noch eine Tür. Hier ist jetzt noch eine Tür und das Stuff ist dahinter. Nee, im Leben. So intelligent sind die Leute nicht. Und? Ich bin drin. Offen. Electronics sind drin. Öl. Was? Nein, rutsch mal, rutsch mal, rutsch mal. Ich tue, nimm mal noch nichts raus. Okay, ich leg's wieder rein. Oder brauchen wir die? Ach komm, Spro und sowas nehm ich auch mal mit, also was. What? Guck mal da rein. Einer nacheinander, in den hinteren, nicht in den vorderen. In den hinteren? Okay, in den hinteren. Wow, da kam ich. Guck mal rein. Hä, verarscht ihr mich grad, oder? Nee. What? Nimm mal mit. Jo, wir haben ja genug an Powder, Alter, fürs Erste. Sollen wir das dann gleich für Granaten wasten, oder sollen wir halt Instant Ding machen? Warte mal ganz kurz. Nee, lass nicht alles für Granaten wasten. Strukturs, Crafting, wir können, wir brauchen 15 Zement, äh, 20 Zement, 15 Kristall und 50 Spark Powder, dann haben wir einen Fabricator. Holt ihr Steine, ich holte Besorgflin. Okay. Wo sind denn hier Steine? Ey, warte, ich weiß grad absolut nicht, welche Steine ich hier abbauen kann. Warum musst du mit dem Petri fliegen, wenn hier überall Steine neben sind? Wo willst du denn farm, Alter, am Arsch der Welt? Ich baue ihn nicht in der Nähe ab. Okami macht's schlau. Genau. Props an dich, Okami. Ich weiß noch nicht, warum, aber ja, genau, Miki. Was für Base auf, Alter, hier sind überall am Strand Steine. Du bist ein Stein. Du bist ein Stein. Du bist ein Stein. Danke, ich bin hart wie einer. Ja, aber wenn du mich siehst, nur, hä? Bei mir ist was anderes, hart wie ein Stein. Sein Leben. Mein Leben? Okay, damit hab ich nicht gerechnet, aber es passt eigentlich ziemlich gut. Die macht mal Granaten, warte mal. Wie? Ich hab noch nie selbst Granaten gecraftet. Ja, dann ist das heiß. Das musste immer ich machen, oder Miki. Ja, ok, dann hol ich neue. Wenn du bitte sagst. Oder einmal ein Like, das Video-Like. Du hast gefälligst neue zu erholen. Sagt wer, du und welcher Armee? Ich hab ein Pete Level 200. Ich hab ein toter Petri. Manchmal trinkt er einfach nicht. Ja, ist bei mir auch ganz oft so. Da muss ich immer mit Alkohol nachhelfen. Weil ihr wisst, Kinder, Alkohol ist cool. Alkohol ist gesund und schmeckt besser als Wasser. Leider gibt's halt irgendwelche Idioten, die das jetzt wirklich abkaufen werden. Und das ist traurig. Du denkst etwa nicht, dass Alkohol cool ist. Alkohol ist scheiße, Leute. Nur Mess. In der Base ist ein fetter Stein, Alter. Ja, ja. Leute, 207er Petri. Der heißt einfach No, No, No. Aber dazu sage ich, yes, yes, yes. Gleich stirbst du. Oh, guck mal. Yes, yes, yes. Jap, 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 meine. What? What? Okay, der ist ja auch aggressiv jetzt. Bringt ne Buller überhaupt fast? Oh, ich glaub, der Knopf fällt raus, oder? Ja, draußen. Ui, du, Okami, Alter. Warum lockst du den da raus? Du bist so ein Mongo. Jetzt bist du gestorben? Ja. Der hat mich getuilt. Du bist so strong. Warum? Ich hab gesagt, wartet doch kurz. Ich hab auch gesagt, er hatte schon die Granaten da. Ja, da hab ich den schon geworfen. Und dann, und dann statt... Als ob der so strong ist, dich two-hitted. Ach ja, wir haben keine Rüstung. Der ist 209, äh, 207. Was erwartest du? Dann gehst du hin und lockst ihn raus. Aber er hat ziemlich viel Eisen hier. Äh, Itoku, kannst du dich bitte beeilen? Wo ist die? Wo ist der? Weiß ich nicht, der ist weggeflogen. Gib mir bitte Deckung, ich muss hier irgendwie rauskommen. Ich brauch mein Petri. Kill ihn doch nicht. Hat ihn eigentlich. Ich kann einfach so gucken, was er hat. Er hat ne Peitsche. Er hat ne Lederrüstung, aber die ist scheiß Wayne. Ähm, Okami. Ich will nur sagen, dass du jetzt den Corona-Dings hast wieder. Wieder? Noch nicht. Nein, 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 noch nicht. Hättest du ihn gekillt, hättest du es gehabt. Ja. Alter, danke. Gut, dass du mich abgehalten hast. Ist ja schon wieder fast passiert. Warte, kannst du meinen Petri pfeifen irgendwie? Die kämpfen grad da oben alle. Meine Güte. Mickis, Mickis Fluge ist doch für was zu gebrochen. Ja, du nicht. Hey, hallo. Ich wusste nicht, dass du two-hits bist. Kommst du raus? Das ist, was du erwartet, Alter. Ähm, ja, Will, doch. Ja, ja, wir machen. Die hält mehr aus. Warte, ich werbe schon mal die erste. Also meine einzige. Let's go. Wait, wait, warte doch. Alter, ich hab das dann nicht aufgenommen. Clips doch. Kann nix clippen, wait. Ich weiß, ich hab keine coolen Bases. Irgendwo hab ich noch eine gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Ben, denk nach. Denk nach. Denkst du, ich bin Jimmy Neutron oder was? Denk nach. Denk nach. Wo ist dein Gedankenblick? Denk nach. Oh, ich glaube, ich weiß es. Gedankenblitz. Wait a second. Ich geh mal kurz checken. Hey, jetzt wirklich? Kann sein. Hat's was gebracht? Also wenn ich jetzt ein Gedankenblitz hatte? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Denk nach der Base, ne? Ja, na, warte mal noch. Doch, ich bin so fort da. Nein, machst du jetzt nicht. Du wartest. 7, 3, 2, 1. Boom! Ich bin zuerst drin. Ich bin zuerst an der Smithy. Und Öl. Elektronik. Und ein Sattel. 137 Metall. Nice. Hat sich gelohnt. Das hat sich mir gelohnt. Ey, ich bin immer schneller als du. Und dann bist du wieder so. Ja, mein Peter kann nicht so viel tragen. Deswegen. Ich hätte am besten. Eigentlich hätte ich den. Wie viel kann deiner tragen, Nikola? Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ihr willst es nicht genau sagen. Damit du nicht. Eigentlich sollte ich deinen nehmen. Nein, solltest du nicht. Wir haben gesehen, was du mit PTs machst. Du solltest überhaupt kein P.D. kriegen. Junge, die Hälfte von den PTs vorher hatte ich bedingst. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ich kann wirklich nichts dafür. Junge, ich kann nichts dafür. Junge, ich konnte gerade nichts dafür. Ich kann wirklich nichts dafür. Aha, das war die Bugs. I am for show. Ja, aber wenn doch einer kommt, dann lassen wir lieber abkauen jetzt einfach. Im Upload sind wir sicher und dann haben wir morgen den ganzen Tag Zeit, das nachträglich aufzubauen. Ja, dann brauchen wir... Nee, 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 das brauchen wir nicht nochmal das Warten. Wir wissen, was dann passiert. Ein Scheiß, das mache ich nicht mit. Dann verlieren wir nämlich alles. Nachdem wir uns wieder aufgerafft haben, sind wir dann losgeflogen und haben noch ein paar Archies getamt und haben dann noch eine Base gesehen. Nee, bleib bei mir. Bist du auf Itoku gekommen? Ich habe einen Name Generator angemacht, habe das auf Japanisch gestellt, habe einmal geklickt und das Erste, was rausgekommen ist, war Itoku. Really? Das Erste gleich? Yes. Und das habe ich genommen. Ich hätte tausendmal raufgeklickt, ne? Nee, das war das allererste, was rauskam. Ich so, Itoku. Oh, okay, das ist nice. Okay, ne. Okay, wir treffen uns bei der Base, Leute. Neu, der hat mich voll ignoriert. Okay, er hittet mich. Mich auch. Du warst einfach nur den Weg. Gehen, ob sie ihn noch wirklich weg oder ob sie ihn noch näher zu uns? Hat er seinen Anruf verloren oder warum? Was ist das stehen geblieben? Der badet jetzt einfach nur. Der ist ganz zahm. Der ist ganz zahm. Als ob du oben drauf gehst. Wie bist du da drauf gekommen? Der ist ganz zahm. Du reitest ihn einfach. Wir müssen eine Base machen. Erstmal, wir müssen jetzt eine Base raiden in Tokio. Fack ist das nicht. Oder sollte ich dich lieber Mr. Name Generator nennen? Miki, willst du auch noch eine Granate haben oder nicht? Ja, mach. Hast du gerade an mir gedroppt? Er wirft einfach direkt. Nein. Nein, Alter. Alter, bist du ein Lacker-Itsch. Ist kaputt, ist kaputt. Du wirst dir. Ich hab keinen Gang-Powder. Loll, der hat schon ein Detonator. Ich sehe es halt nicht. Can I please look inside so I can make a clip for the video. Mit den Archies in der Tasche haben wir dann unsere sieben Sachen gepackt und sind zu einem anderen Server getravelled. Nämlich den, wo ihr schon kennt, das Center. Dort haben wir dann eine Exklusiv-Base, die wir eigentlich nicht zeigen wollten, gefunden. Und dort ist dann alles entstanden, was ihr von dem Spoiler mitbekommen habt, geschehen. Da bist du wirklich dran, Ithoko? Siehst du mich? Nein. What the f- Da sollte eigentlich nichts sein, weißt du? Ich bin schon im Fels drin. Und du bist erst rechts im Fels drin. Guck dir das an. Ich schwebe hier. Nachdem wir angefangen haben, unsere Base off-screen aufzubauen, da unten drin, haben wir dann noch ein paar Soros gezähmt und sind dann losgegangen auf the Island, um ein paar Basen zu raiden. Bitte. Ist ja arschkalt. Du seid mir gespawnt. Ich bin im Schnee gespawnt. Ich auch. Da kann ich schon mein Dings rausholen. Ja, ja. Ich will dich, Merkel. Das ist alles gut. Ich bin auch im Schneegebiet. Ich geh zu unserer alten Base. Yes, wir treffen uns dort. I'm jumping out. Einladen zum Stamm. Dann bleib auch gleich stehen. Warte, warte. Wir gehen zuerst die Base raiden und dann droppe ich den Dings. Dann packen wir den Para. Naja. Warum ist das so viel? Ah ja, du wirfst eine Granate, oder wie? Ich hab ein bisschen Angst um den Archie, ja? Dann werf zwei und dann haust du ab. Dann kommt ein dritter. Der kommt eine dritte. Auf dem Server lagts nicht. 85er Ping. Da fliegt die dritte. Ach so, zu Miki rüber. Er hat drei geworfen, siehst du. Und rein da. Hast du noch null durchschmissen? Rein in die Olga. Nein. Komm, ich bin direkt drin. Ich lande da drin. Noch nicht looten, Leute. Noch nicht looten. Lass den Typen killen. Oder warte, lass ihn looten. Er heißt einfach Lowey. Ich gar nicht. Er hat Cryopods. Als ob. Mitnehmen. Also, wer hat denn kein... Wie viel hat denn der Skope? Wie viel hat denn der Skope? Wie viel hat denn der Skope? Wie ist das vielleicht? Oh lol, hier ist eine Flinte drin. Mit Munition. Ich kann halt mit dem Schicken nicht zählen, was ich das alles mache. Klar, also du hast Lowey gekillt. Ich dachte gerade. Was einfach kaputt ist dir alles? So. Alles kaputt, alles kaputt, alles kaputt. Auch dismiss. Merkel macht Schaden, Alter. Guck hier rein. Guck hier rein. Auch in der C2. Wo denn? Guck hier rein. Guck dir das an. Halt's ab. Boi. Was hat der noch? Digga, Alter. Warte, da ist auch eine verbesserte Ding. Eine verbesserte... Guck dir diese Narcotex an. Was? Digga, was ist das? Shrank Arrows. Noch ein Schwert. Er hat verbesserte Rüstung. Ja. Die ziehe ich mal kurz an. Warte, wir packen mal Ding. Er hat eine verbesserte Rifle. Pack mal einen Haufen Shit in Merkel rein. Ja, ich kann auch nichts mehr tragen. Aber guck mal, wir lassen den ein Geschenk da. Als Entschädigung. Ein Parasaurus. Aber als ob der keine Metallbase hatte mit dem Stuff, den er hat. Muss man den irgendwie einstellen? Warte kurz. Ja, warte. Warte, du musst den einstellen, ne? Ja, ja. Du musst dann erstmal ein Throat Mode stellen. Wir fliegen hier noch alles ab, was wir hier in die Hände bekommen. And we go back. Nein, wir haben Swamp Corona. Was ist recht? Weil du den Typ gekillt hast. Du lernst nicht draus aus deinen Fehlern. Es ist doch egal. Dabei hieß es auch gar nicht. Deswegen kann ich nicht so viel tragen, Alter. Ich war bei 160. Da vorne, siehst du dich? Ich breng's schon mal. Ja, ja, genau. Mach ich schon mal was drauf. Einfach raus. Da vorne rennen die jetzt langsam bei dir rein. Ach so, hier vorne. Ich zieh. Drei Stück. Alter, hab ich schon bei vorne schon was. Aber nur da vorne, die in der Mitte ist was. Wir haben drin nichts. Oh, eine Explosion, Alter. Die filmen wir gerade einen Michael Bay-Mobil. Der Rated Riner, lass den erwischen. Komm. Wir wollten was Schönes hier aufbauen. Guck mal, die haben sogar Pillar. Ich nehme mal, ich nehme mal das Ganze. Ich bin ein Brotwurst. Bim, 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 bim. Ja, nehmt mal Ding mit, äh, die ganzen Flints. Die ganzen Flints. Nix, da war nix drin. Nimm mal die ganzen Flints mit, weil wir haben gar nix zu Hause. Ich bin gerade am Join. Das braucht halt bei mir ein bisschen länger. Mein PC ist etwas älter. YouTube Money reicht nicht. Also abonniert und liked. Und schaut die Videos bis zum Schluss. Am besten zehnmal Werbung, die ihr mal in deinem Video schaltet, auch zu Ende durchgucken. Und kein Adblocker. Wer Adblocker anhat bis zu diesem Zeitpunkt, äh, deaktiviert es und lädt das Video nochmal neu und guckt es dann bis zum Schluss. Damit sich Micky irgendwann einen neuen PC kaufen kann. Wise choice. Wise choice. Slap like now. Gegner. Tag base. Scheiße, die haben Tag turrets. Fuck, Alter. Oh, ich bin tot. Witzig dich auch. Wie man ganz kurz seine ernsthafte Verwirrung gemerkt hat. Wait, wait. Hier unten hat was geleuchtet. War bestimmt nur ein Japaner. Ich bin drauf. Ne, ich bin drauf. For real jetzt. Bist du auf dem Leuchten-Ding drauf? Bist du jetzt was Besseres oder was? Ne, kommt mal wieder her. Komm mal wieder her, wo das Ding war. Wo bist denn du? Wo bist du? Welches Ding? Ja, wo es angeschlagen hat. Hä? Der hat gar nichts angeschlagen. Doch, hier hat wirklich was angeschlagen. No. Du bist angeschlagen. Doch, komm wieder zurück. Toko, wenn du uns jetzt vom Arty schießt. Nein, for real. Hier im Wald habt irgendwas gedinkst. Nein, da war nix. Trust me. Where's the Toko? He is an engineer. I smell it. Wenn das hier anschlägt, Okami, musst du runter auf die Knie. Auf die Knie. Guck, hier unten. Ich glaube, kann sein, dass das so ein Ding ist. Das ist ein Ding. Ja, das ist ein Dax. Oder nimm C4, nimm C4, platzier das hier. Platzier das hier, Okami. Genau auf eine rote Stelle einfach. Ja, ja. Und jetzt spreng. Das ist aber oben auf einem Blatt drauf, ne? Spreng's einfach. Loll. Was ist recht? Kill the thing. Holy shit. Kill the thing. Ach, du bist ein Gott. Du bist ein Gott. Hau rein. Boys. Ich tue. Komm Posto. Das ist genius. Cypher Pullen. Oh mein Gott. Wer kriegt den Component raus? Nimm einfach alles. 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 Das war so worth it. Ich fuck. Ne, ich bin voll. Holy shit. Ich kann gar nicht. Und mit diesem Stuff sind wir dann zurück nach Hause geflogen. Aber. Aber. Leider ist die Aufnahme kaputt gegangen mit den Wyverns. Aber. Wenn ihr jetzt ein Like da lasst und abonniert. Ich glaube, vielleicht kommt die Aufnahme dann zurück. Tu das jetzt. Ein 29er Para. Ja, hier. Mit einem Wyvern. Halt's Maul. Oh mein Gott. Really? Und ich habe gerade nichts hier. Dude. Dude. Ich kann mich nicht bewegen. Halt's Maul. Killt ihr euch? Nein, nein, nein. Ich brauche eine Waffe. Warte, ich komme mit dem Archie. Ja, als ob uns jetzt ein Wyvern zieht. Halt's Maul. Ey, ich hole Scharke. Sie brauchen Hilfe, ey. Und ein Archie. Yes. Und ein Para. Ein Para hat mich detected. Ich gehe noch nicht. Ich muss jetzt aufnehmen. Oh mein Gott. Warum? Hier sind mehrere. Hier sind mehrere. Es ist nicht nur die. Wyverns? Ne, Archies. Ich habe den Yepara. Wir haben genau die gleiche Taktik angewendet wie hier. Wie du hast den Yepara. Und jetzt scheiße. Als ob wir jetzt schon entdeckt werden. Das finde ich ja super sad. Der fliegt jetzt auf mich mit dem Wyvern. Pass auf, Alter. Versuch mit ihm zu reden. Ich habe ihn gegrabt. Killing grad. Als ob. Ich habe die Taktik. Ich habe die Taktik. Läuft. Was? Yes, aber der Wyvern verfolgt mich. Ich versuche ihn wegzulocken. Uhuhu. Ich würde alt F10 machen. Dang. Ich würde mich nur die Art bewegen können, Leute. Der Drache kommt halt, ne? Ja, der greift mich an. Versuche ihn so weit wie möglich wegzulocken. So, ich habe ihn. Der ist passiv wieder. Ich komme zu euch rein. Und direkt Aufnahme starten. Ist mir egal, ob wir jetzt, ob die wissen, wo unsere Base ist oder nicht. I'm shaking, boy. I'm shaking. Das sind zwei Wyverns. Nein. Really? Yes. Ich muss landen. Ich nehme die. Ich versuche die zu sleep mit einem Frankalizer. Oder sollte ich lieber gleich killen mit einem Bow oder so? Der kommt schon, der kommt schon, Alter. Der hat mich gegrabt. Der hat mich gegrabt. No, no. Geh, weg, Okan. Geh, weg, Okan. Geh, weg, Okan. Geh, weg, Okan. Geh, weg. Ich versuche hinten noch die Mörser zu platzieren. Ich kann mich halt nicht bewegen. Warum eigentlich nicht? No. I fucking see the most, man. Als ob das jetzt passiert, Digga. Diese ganze Scheiße, Alter. Was ist denn jetzt hier alles drin? Was hast denn du alles da gedroppt? Der hat mich grabben können. Ich habe einen Fallschirm aktiviert. Ich gehe kurz. Ich habe alles gedroppt, Digga. Ich sage Archie. Was ist denn hier das Schwerste? Scheiße, der hat mich angezündet. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Der hat mich gekillt. Vielleicht haben wir Glück und wir sind zu weit hinten. Nein, der hat den anderen, Tavis. Unser Archie ist tot. Fuck. Der hat mich angezündet, der Penner. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Ich kann mich nicht bewegen. Du kannst alles. Wir können uns nicht beziehen. Ich bin dabei. Weißt du, wie viel Scheiße das ist? Ich bin die ganze Zeit schon am droppen. Der hat auch den Petri jetzt im Sattel. Der hat alles. Aber es kann sein, dass sie uns nicht detekten können, wenn wir weit genug weg sind. Aber ich glaube, leider schon. Sind die da immer noch? Wir haben noch einen Archie, Alter. Wir sind zu zweit. Einen hast du einmal gekillt bekommen. Die haben keinen Paar, einen hatte ich gekillt. Äh, packen wir jetzt nicht, wo wir sind. Die werden safe wieder kommen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Die haben nur noch einen Archie. Ich brauche mir kurz ne Dingsrüstung. Eigentlich bräuchten wir jetzt echt Sharks, ne? Mit Sharks könnten wir die easy natzen. Wollen wir Sharks anrufen? Yes, please. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Komm. Ja, links, links, links. Ja, kommt er wieder. Wieder. Oh, warte. Er ist genau vor uns. Er hat detected uns. Nein, scheiße. Oh, 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 oh. Oh, ich glaube, er killt uns. Der Dude. Ich bin tot. So was, man. Ich bin tot. Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Ja, scheiße. Ich habe ihn nochmal gehittet, aber der hat uns jetzt komplett. Wir können aber spawnen. Nee, ich kann nicht im Bett spawnen. Wir können wir nicht. Fuck. Ja, okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's komplett. Oh nein, boy. Der versucht ja auch reinzupacken. Das ist nicht gut. Nein, warum denn jetzt, Alter? Und so schnell. Das ist so dumm. Nice. So viel Action. Das ist so viel für mich. Nachfolge 2. Ich habe ihn perfekt gehittet, by the way. Ich habe seinen Kopf, glaube ich, gehittet. Aber der... Ich habe auch einen Spinner kill. Das glaube ich. Ich bin mir aber nicht komplett sicher. Wenn wir den killen, Alter, dann ist GG. Aber ich glaube, wenn er da immer noch chillt. Der kriegt den... Der kriegt den... Der kriegt den Ding. Den Archi. Hast du den schon rausgeholt? No. Was ist denn der? Ich spawne ihn, ich spawne. Ich habe ihn gespawnt. Und so... Hä? Ich wurde gar nicht mehr gespawnt. Ich wurde gar nicht mehr gespawnt. Ich spawne ihn. Ist unser Betten of Dark? Ich versuch, ihn zu hauen. Vielleicht geht der K.O. oder so. Hat mich. Schon wieder tot. Fuck, Alter. Das war's. Das war's. Das war's komplett. Und ich... Ich... Ich spawne einfach nicht in der Base. Warum auch immer. Geniehen. Als ob ich jetzt hier keine Gegner finde, die mich killen wollen. Oder was? Sonst will mich doch hier alles killen. Hier. Negalo, du. Negalo, du. Nein, der hat mich... Der hat mich rausgedingst. Ah, geil. Vielleicht hätten wir nicht schießen sollen. Auf einer 1, 2, 3 getötet. Man. Der zählt. Das war's mit dem Projekt. Ciao. So. Das war die Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Zum Schluss hat er mich unten dann noch abgefangen. Nachdem ich ins Wasser gefallen bin, hat mich gekillt. Unsere Base wurde dann komplett gewiped. Und dann haben wir auch gesagt, okay, das war's. Das bringt uns... Das bringt jetzt nichts, uns weiter aufzubauen. Und dann sind wir halt offline gegangen. Ein sehr trauriges Ende. Aber naja, was wir machen. That's Ark. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020